Hallo, schön, dass ihr heute wieder reinschaut. Was ist unser Vorschlag für die gute Tat heute? Das wäre heute mal, kauft mal ein Produkt von einem lokalen Produzenten. Ob das jetzt Honig von dem Imker ist, den es hier in Chemnitz gibt, oder ob das von einem Biohof entsprechende Produkte sind, wie hier Tobinambur oder Äpfel oder anderes. Da gibt es sicher relativ vieles, was man erwerben kann. Damit unterstützt ihr auch die lokalen Produzenten, ermöglicht es, dass in Chemnitz viele Bienen leben, dass die Biobauern überleben können und dass wir insgesamt weniger CO2 produzieren, in dem Lebensmittel quer durch Europa und quer durch die Welt transportiert werden müssen. Also ich würde mich freuen, wenn einige von euch mitmachen und wünsche euch noch einen schönen Tag.